bei uns geht es jetzt los, heute mit einer etwas früheren Folge wir hatten ja schon, wie wir die Aufnahme schon gesagt hatten wir wollten ja Antikorps machen weit ausgefunden der Alpha Omega hat Level 400, was ja schon mal ganz schön ist der kriegt ein Blatt schöne Bs, schön mit Geschütz und wenn das alles glatt läuft, gehen ja dann auch mal beim Survivor der hier auf Scorch Earth, geformt aller paar Tage so, mit dabei, heute XK ja, ich helfe dann gleich noch und brav bist ja, das als erstes Kraften von Cent und Schien einstecken aufgestiegen einstecken äh Zall, Chippy, Apple, Beverly, 3 Ja, da muss ich halt gucken, aber so, mal hin Ja, da muss ich jetzt OITIS OITIS Ähm, ja das ist halt das Ach, ich bin nur noch in der Carp, Herrsmann, bitte Ja, toll Ja, der hat mir das angezeigt, aber war eigentlich noch in der Carp, Herrsmann So, Mann Auf 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 Dadurch, dass wir Wir haben Nachbieter Kann man ein bisschen dran rumspielen Kann man das so Komm Komm Die andere Seite einfach Einfach Ein bisschen Trick Und man denkt Man klappt So, ich starte nochmal einen Test Manchmal ist es Manchmal ist es Kratisch Besonders nach, ähm, Updates Da muss es dann halt nochmal So, jetzt haben wir das Station Limp Ähm Ähm Erstmal An Die An Mastern An 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 Wenn man die Fundamente baut, dann fliegt er nicht mehr an. Ach du, wenn du damit runtergenommen hast? Ach du, fliege ich gerade? Okay. Ich stehe unter der Luft. Manchmal angehen. So, okay. Ich hatte es zumindest. Ah. Okay. Ja. Ja. Machst du eine Minute, jetzt kannst du mich hochnehmen. Genau. Ich habe jetzt keine Absetzung. Wahrscheinlich anders setzen sollen. Warte an. Gegen. Herzfrieden. Ah ja. Abreißen kann man. Ja. Ja manchmal ist das der Kipps. Der ist schon Ja? Weil dabei... Ja? Weil dabei... Ich hab nämlich hier... Ja... Ich such's grad... Ach, so ist es bei manchen auch. Nee, wir machen... Okay, das ist noch schlechter. Hallo? Ich auch. Ah, ich bin grad am überlegen... ...was war alles. Wir haben ja eigentlich... Zeug... Ja, nie. Ich kann ja immer nur... ...dass rumkommen frei. Mhm. Sattel runternehmen... Dann hat sich das Problem... Oh. 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 Hmm, das ist ein bisschen schwer. Schauen. Keine Ahnung. Oh ich habe doch keinen bock mehr so nächster test und schon geht es wieder immer echt aufpassen was man baut und was man da riecht was ist der Becker? au amelhemd 3 von dem amel hoch mal hin ich kann auch nicht gucken ob er jetzt wieder redet ja passt jetzt ja 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 geheim such 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 dann so oh ja ja dann also dem server admin echt nochmal ein würdchen reden ja voll schlimm mit dem kerl ja klar was lernen wir da raus ja das muss der server neu starten müssen starten ok ich geh ohne ok das machen wir jetzt so ich glaube das ist keiner da nicht fertig bauen das hat aber das ja außerdem schreit jetzt hier oh ja wir müssen den ist und 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 die ah Ah? Ah? so gerade aufsteht und war so sau gerade aber irgendwie nicht ausgequetscht und dem ist alles hier falsch halt da in user joined your channel Hallo Aber ich habe gemacht Okay, reinstecken Ich bin halt wie ein Maucher Weil ich nur ein Werkzeug So Schwer nach Bitte an So Und dann haben wir schon Den Meines Flügelschen drauf Haben wir natürlich das Problem Wir mussten die ganze Zeit hier drauf Weil sobald der eingepackt wird Stürzt halt Zum Beispiel die ganze Zeit Aber Ja, wir sind ja sowieso So 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 So